KickFair ist eine Organisation, die gestaltet einen Lern- und Erfahrungsraum für junge Menschen, wo sie die Kompetenzen lernen können, die sie brauchen, um sich eine positive Zukunft gestalten zu können über Straßenfußball. Heute sind wir auf dem Adidas-Gelände. Adidas ist einer unserer Partner und Förderer, neben vielen anderen. Und wir haben einmal im Jahr eine große gemeinsame Veranstaltung, das Adidas und KickFair Youth Leader Camp. Die Zusammenarbeit ist für KickFair natürlich wertvoll, weil wir einfach ganz viele Erfahrungen kriegen. Das haben wir jetzt auch in den Workshops gesehen, dass wir professionelle Hilfe kriegen. Volunteers sind da, die uns unterstützen wollen und wir wollen Adidas auch ein bisschen was zurückgeben, genau den Volunteers, den Unterstützern, indem wir ein Turnier machen. Wir organisieren extra für die Adidas-Mitarbeiter ein Turnier, in dem wir denen beibringen, wie KickFair eigentlich funktioniert. Bei uns steht die Fairplay an erster Stelle. Wir spielen in gewissen Teams, wir haben keinen Schiedsrichter und Regeln vereinbaren wir selbst. Und vor und nach dem Spiel besprechen wir uns an. Es nennt sich die Dialogzone und die findet immer als Befahrende statt. Dieses sich gemeinsam auf Regeln zu verständigen, sich dann auch an die Regeln halten, ein Teamgeist ist auf jeden Fall wichtig, wenn man solche Skills dann auch hat. Ich bin bis heute einer der schlechtesten Fußballer, den es gibt und bin trotzdem bis heute dabei, weil das Projekt mir ganz viel gebracht hat, weil ich gemerkt habe, ich kann hier mitspielen, ich kann Teil von dem Team sein und ich kann mich selber entwickeln und zeigen, was ich kann und kann ganz viel für mich und mein ganzes Leben lernen. Bei der Schule war es ja so, dass sie jetzt nicht so optimal gut war. Jetzt bin ich in der Ausbildung und das macht mir jetzt auch sehr viel Spaß. Und das verdanke ich auch zum Teil auch KickFair, weil man durch KickFair einfach lernt, Ziele zu setzen, neue Chancen, neue Menschen kennenzulernen. Also wir haben sehr viel gelernt über Toleranz, Heimat, Teamarbeit, Kompetenz. Wir wollen unsere Erfahrungen weitergeben, damit wir Nachwuchse haben. Sport ist eben nur ein Tool, das ist nur ein Werkzeug. Und es braucht immer jemand, der das Werkzeug dann auch nutzt. Dazu braucht es einerseits engagierte junge Menschen, die das Projekt umsetzen und dann braucht es auch die Volunteers und die Mitarbeiter bei Adidas und auch Adidas selber, die das unterstützen und die das weiter fördern. Das Wunderbare an KickFair ist, dass wir damit gar nicht alleine sind. Also es gibt viele andere Organisationen weltweit, die Ähnliches tun, auch mit einem ähnlichen Anliegen. Und mit denen haben wir uns nach und nach vernetzt und zusammengetan und mehr als ein Netzwerk geschaffen, nämlich eine internationale Lernkooperation. Für uns ist es nur ein perfekter Tag, dass alle von Fußball genießen können. Es war wirklich ein Freude für mich, heute hier zu sein. Sehr schön, macht Spaß. Das war wirklich ein Freude für uns.